Ja, so sieht es erstmal aus bei uns im Gewächshaus im Moment noch, von letztem Jahr, bewusst noch nicht, sämtliches Grün rausgenommen, da stehen noch die Stangen der Tomaten und Vogelschutznetz liegt oben drauf, einfach das Grün noch nicht ganz rausgenommen komplett, damit es nicht so austrocknet, ihr seht, eine gewisse Feuchtigkeit haben wir noch drin, das ist auch so gewollt, da läuft ein kleines Insektchen Ja, genau, so schaut es dann aus Das werden wir jetzt schon bald vorbereiten, ich denke mal zwei Wochen, dann geht es los, hier im Gewächshaus haben wir schon eine beachtliche Temperatur, auch nachts ist das nicht mehr allzu kalt hier drin, vielleicht können wir da schon einige Sachen anpflanzen Und da ist sie wieder, unsere Rosina, sie ist natürlich immer gerne bei uns und spielt, wo sie nur kann Auch das ist für mich immer ein schöner Anblick im Frühjahr zu sehen, wenn die ersten Schneeglöckchen rauskommen, in einer windgeschützten Ecke, hier ist es jetzt wieder soweit, da kommen sie wieder raus, herrlich, ich finde das echt genial, das sind so die ersten Anzeichen dafür, dass der Frühjahr kommt Schneeglöckchen, mehr Becher dann Wunderbar Hört ihr im Hintergrund, die ersten Traktoren sind auf dem Feld Und auch von hier, die Ansicht der inne, die Rückseite So steil